Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Jesus, Happy Birthday to you. Heute ist Weihnachten, deswegen findet genau um 9.30 Uhr eine Zaubervorstellung statt. Pfarrer Charlie wird euch da erzählen, wie der Kommunismus von der freien Welt endgültig besiegt wird. Mit Hilfe Gottes und einer Handvoll Marines. Gott ist geil auf den Marines, weil wir alles töten, was uns vor die Augen kommt. Er spielt sein Spiel, wir spielen unseres. Um uns dankbar zu zeigen für so viel Macht, kümmern wir uns darum, dass der Himmel immer mit frischen Seelen bestückt wird. Gott gab es schon vor dem Marine Corps. Also schenkt eure Herzen ruhig Jesus, aber euer Arsch gehört dem Marine Corps. Habt ihr, Ladies, das verstanden? Sir, ja wohl, Sir! Ich kann euch nicht hören! Sir, ja wohl, Sir!